Hallo, herzlich willkommen zum Huber Lifestyle-Kanal. Ich habe heute Isabella, die erfolgreichste Influencerin aus Vorarlberg, bei mir zum Interview. Freut mich, dass du hier bist, Isabella. Vielen Dank für die Einladung. Du bist ziemlich erfolgreich auf Instagram unterwegs. Und kannst du uns sagen, wieso die Anfänge waren und wie du dazu gekommen bist? Seit 2015 bin ich auf Instagram, habe da nicht viel gepostet, habe da einfach nur meine engsten Freunde dabei gehabt. Ich bin dann 2018 zur Miss Austria gewählt worden und habe dann einfach Step by Step meine Follower immer mitgenommen auf meine Reisen und bin dann auch nach China gereist zur Miss World Wahl. Und ja, das war halt für meine Follower interessant und auch für meine Freunde, zu sehen, wo ich bin, was ich so mache. Deswegen habe ich da einfach immer Videos gedreht, die Stories. Und ja, habe dann auch schöne Bilder gepostet, die ich dort gemacht habe. Und so hat sich das entwickelt. Dann sind ganz viele neue Follower dazugekommen. Und ja, so ist das irgendwie so ins Rollen gekommen. Jetzt lebst du ja davon. Wie ist das jetzt bei dir? Wie entscheidest du, was du postest? Welche Themen hast du? Wie entscheidest du das? Wie läuft das bei dir jetzt ab, dass du entscheidest, was poste ich, wann poste ich, welche Story mache ich? Wie ist das jetzt bei dir organisiert oder wie regelst du das? Ja, ich versuche einfach, meine Follower mit in mein privates Leben ein bisschen mitzunehmen, weil ich reise sehr gerne. Ich reise auch sehr viel. Und ja, ich nehme einfach meine Follower immer mit auf die Reisen und zeige ihnen auch ein bisschen mein Privatleben mit meinen Hunden, wie ich wandern gehe. Also ich versuche, so authentisch wie möglich zu bleiben. Ich habe natürlich auch verschiedene Kooperationen, auch Marken, hinter die ich sehr stehe. Und die präsentiere ich dann halt auch einfach auf meinem Instagram-Account. Ich arbeite oft vor. Das heißt, ich produziere oft meine Bilder im Voreinein. Weil ich eben reise, kann ich das nicht immer vor Ort dann machen, weil ich arbeite auch mit verschiedenen Fotografen zusammen und Videografen. Und dann braucht man einfach einen Termin. Und da wird dann halt Content produziert. Und dieser Content, den plane ich im Voreinein. Ich habe dazu auch verschiedene Apps, die ich dann auch benutze, damit mein Feed schön aussieht, damit es farblich schön zusammenpasst. Und dementsprechend poste ich dann meine Bilder. Und du hast ja gesagt, du nimmst die Leute mit, ein wenig in dein Privatleben. Wo ist jetzt die Grenze? Ich sage jetzt mal zwischen Beruf und zwischen Privatleben. Wo ziehst du die Grenze? Und du sagst, das zeige ich noch, aber das dann nicht mehr. Für mich persönlich ist zum Beispiel mein Liebesleben ein Tabuthema. Also das möchte ich nicht unbedingt teilen. Aber sonst meine Familie, meine Freunde, meine Hunde, wie gesagt, die zeige ich gerne auf Instagram. Das geht nicht so weit, meiner Meinung nach. Aber so gewisse Themen, die mich irgendwie emotional irgendwie affekten, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, die würde ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Es gibt ja das Reel, das gibt es ja noch nicht so lange. Was hältst du davon? Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung zu dem? Ab und zu erwische ich mich selber, dass ich stundenlang mit dem Handy nur Reels anschaue. Und darunter scrolle. Ich finde es einfach sehr unterhaltsam. Ich selber produziere mittlerweile auch Reels. Also ich habe halt einfach meine Videos, die ich da dann hochlade. Und mit der Musik gibt es dem Video einfach eine Stimmung, eine Emotion, die man dabei fühlt. Und ich mag das einfach. Ich schaue es gerne an und ich produziere gerne Reels. Und auch für Instagram ist ein Reel einfach eine Möglichkeit, schnell zu wachsen und eine größere Reichweite zu erreichen. Weil oft diese Reels dann ziemlich viral gehen. Wenn man ein cooles Reel macht, dann kann es sein, dass das einfach 100.000 Leute anschauen und dir dann dementsprechend danach folgen. Hast du ein Reel, wo du gerade sagst, das ist mein Liebling oder das hat mich geflasht? Dadurch, dass ich gerne reise, mag ich die Landschafts-Reels so gerne. Ehrlich? Ja, das vermutet man jetzt wahrscheinlich nicht. Aber wenn man irgendwie eine schöne Musik und einen schönen Sonnenuntergang oder ich weiß nicht, mich catcht das dann immer. Ja, du hättest das gedacht. Hast du einen Influencer oder ein, zwei, ich sage mal, wo dir sehr gefallen, wo dir vielleicht als Vorbilder dienen oder wo du einfach sagst, ja, die gefallen mir. Und wieso gefallen dir die dann? Ja, das ist jetzt vielleicht sehr Klischee, aber ich bin ein großer Fan von Pamela Reif. Ich finde halt, sie hat einen super Mix aus Sinn und Ästhetik, würde ich sagen. Weil das, was sie postet, ihr ganzes Workout-Programm und so, das macht einfach Sinn. Und Kochbuch, ihre ganzen Rezepte. Also ich finde, sie steckt da so viel Arbeit rein. Und ich finde, sie hat es wirklich wohlverdient, so viel Follower zu haben. Und ja, und zudem hat sie noch auch sehr schöne Fotos. Weil ich bin halt generell ein sehr großer Fan von Porträts. Also ich fotografiere selber sehr gerne. Und ich selber, meine Bilder sind auch sehr Porträts-lastig. Ich würde sagen, eher kreativer. Und ich finde, sie kombiniert das auch richtig gut. Also sie, durch ihre Reisen hat sie einfach sehr schöne Fotos, die mir sehr gut gefallen. Es ist eh eine von den bekanntesten, wenn nicht die größten in Deutschland. Bei den Reels nochmal, Isabella. Machst du die selber? Hinterlegst du die selber mit der Musik? Oder machst du das in Kooperation mit einem Videografen? Wie läuft das bei dir? Hauptsächlich mache ich das selber. Ich habe einen guten Freund, der auch Videograf ist, hauptberuflich. Und mit dem mache ich dann oft zum Spaß verschiedene Projekte. Und ja, die Reels sind dann auch sehr professionell und schön. Wenn ich ein Reel drehe, dann weiß ich nicht, wenn ich irgendwo bin, reise oder so, dann vor dem Meer stehe oder so, dann bitte ich immer jemanden, mir zu folgen und das einfach mitzufilmen. Und damit der Musik darunter sieht das dann halt auch ganz schön aus. Aber du machst doch wirklich noch viel, ich sage mal, selber und dir ist wirklich die Qualität auch sehr wichtig in dem Sinn, oder? Ja, also ich mache eigentlich fast alles selber. Wenn es um Schneiden geht, Bilder bearbeiten, mein Feed planen, ich mache eigentlich wirklich alles selber. Und der Winkerlein, da ist sicher gut gefüllt. Ja, auf jeden Fall. Ja, viele Menschen unterschätzen das. Man denkt immer, Instagram-Influencer ist einfach keine Arbeit, aber es steckt so viel im Background dahinter. Und man muss so viel daran arbeiten und ja, da geht einfach viel Zeit. Ja, und es ist dein Job, oder? Ja, das ist so. Vor allem, wenn man erfolgreich sein will. Genau. Du hast ja die letzten ein, zwei Jahre, hast du einen massiven Aufschwung erlebt. Kannst du mir sagen, was denkst du, sind die Gründe dafür, dass du so einen massiven Aufschwung erlebt hast, die letzten ein, zwei Jahre? Ich war einfach konstant dran. Also ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich jeden zweiten Tag ein Bild hochlade. Wenn nicht jeden Tag. Storys müssen immer online sein. Also selten, dass man keine Story online ist. Mein Vorteil war halt auch, dadurch, dass ich vier Porträtbilder hatte, haben sehr viele andere Seiten meine Bilder gerepostet. Ah, okay. Deswegen hatte ich dann einfach so, das war dann, weiß nicht, so ein Domino-Effekt einfach. Ja, weil meine Bilder dann überall waren, auf verschiedenen Seiten. Und die taggen mich natürlich dann, die Leute. Und die kommen dann zurück auf mein Profil. Und deswegen, glaube ich, war das so ein Push für mich. Ja, eben. Da sieht man kontinuierlich, gute Arbeit zahlt sich aus. Iso, weil ich meine, du machst das schon so lange. Da gibt es doch sicher eine interessante Story oder eine interessante Begegnung, wo du sagst, hey, das möchte ich den Leuten auch zukommen lassen. Natürlich habe ich auch durch meine Reisen und alles, was ich bisher gemacht habe, könnte ich ewig erzählen, was ich da alles so erlebe. Aber generell durch Instagram ist echt ab und zu verrückt, wie schnell man Leute kennenlernt und natürlich aus der ganzen Welt. Und ja, ich habe auch schon sehr viele Nachrichten von verschiedenen Prominenten bekommen. Dadurch, dass ich ein verifiziertes Konto habe, falle ich, glaube ich, eher auf. Und deswegen zum Beispiel, ich kann ein paar Namen nennen, Neymar zum Beispiel, der Fußballer, mit dem habe ich schon geschrieben. Oder ja, verschiedene Schauspieler. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber Draco Malfoy von Harry Potter kennt bestimmt jeder. Der Schauspieler hat mich auch schon angeschrieben. Also ab und zu ist echt verrückt, wie schnell man da in Kontakt tritt mit verschiedenen Menschen, die man sonst nie treffen würde wahrscheinlich. Vom Ländle in Bregenz kommt man schwer sonst dazu Neymar. Aber eben, du hast das, ich sage jetzt mal, erlebt. Das ist auch eine schöne Story. Du, Isabel, ich sage dir danke für das nette Interview, auch, dass du ein, zwei Insights gegeben hast. Wirklich nochmal danke und das war sehr, sehr informativ. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.